3 hey Leute, ja, hießen wir den Platinum Game aus, ja, wir sind hier zu zweit und ja, wie ihr bei den Bild seht, es ist ein Gewinnspiel ja, ein so gut 20 Abonnenten, ja, wir danken euch sehr dafür ähm, ja, dafür wollen wir euch ein Optifine Cap geben ja, ihr müsst ein Kommentar schreiben und Abonnent sein, das heißt abonnieren, Kommentare schreiben und gewinnen und das abonnieren ist eigentlich nur das, weil es ein Abonnentenspecial ist, nicht ein ich schreibe einen Kommentar und will was Gewinnenspecial, sondern halt ein Abonnentenspecial ja, genau, für Abonnenten auf jeden Fall man darf nur ein Kommentar schreiben ja, wer mehrere Kommentare schreibt, wird das qualifiziert also ein Kanal, also ein ein Kommentar pro Kanal habt ihr mehrere könnt ihr naja, wir werden das eh nicht herausfinden, ob ihr jetzt mehrere habt ja, das soll es also ein Kanal, ein Kanal pro Kommentar, genau ein Kommentar pro Kanal, bitte und ja, das gewinnspiel endet am 20.07, wir haben jetzt gerade den 9.07, wir haben den 9.07, am Samstag am 20.07 endet das Gewinnspiel, dann werden wir auf der Seite random.org auslosen, wer gewonnen hat ja, also toll, 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 viel Glück also, dann denken, abonnieren, Kommentar schreiben und gewinnen ja, das war's eigentlich schon ja und tschüss und tschüss Vielen Dank.